Also ich habe heute ein Probetraining bei Planack Bayern Liga und ich will es unbedingt schaffen. Was soll ich machen? Es muss etwas hängen bleiben beim Trainer, wo er sagt, wow, und vielleicht habt ihr eine Waffe, dann müsst ihr die Waffe ausspielen. Der eine ist schnell, muss die Schnelligkeit ausspielen. Der andere hat einen guten Schuss, muss den Schuss ausspielen. Der andere hat ein super defensives 1 gegen 1, dann fällt man auf. Spätestens im Abschlussspiel musst du dem Trainer zeigen, dass du Teil des Teams sein willst. Laut sein, ins Dribbling gehen, es bleiben eh nur die guten Aktionen in Erinnerung. Zeig dem Trainer, dass du was drauf hast. Such den Abschluss. Zeig ihm, dass du ein Zocker bist. Versteh dich gut mit den Mitspielern. Trag die Tore, sei aktiv, sei nett, sei offen. Ein Talent ist auch zu sehen, wie schnell verbessert man sich, also wie schnell kann man adaptieren. Ich nehme ihn als Beispiel, bei ihm ist mir direkt auffallen, geile Ballführung sucht immer wieder das 1 gegen 1, habe ich abgespeichert. So, dass er mal gependert in der Umschaltsituation ist egal. Als Trainer achtest du, was das Laben gerade gesagt hat, vorrangig auf welche Stärken, welche Waffe bringt er mit. Super Technik, super Ballführung sucht immer das 1 gegen 1, ist bei mir abgespeichert. Wenn du Fehler machst, ist es egal. Du musst einfach den Trennen.